Man muss ja nichts konstruieren, das ist komplett in Ordnung. Wir wissen relativ lange schon, dass Robert ab Sommer bei einem anderen Verein spielen wird. Und jetzt ist es offiziell. Darüber hinaus verändert sich für uns ehrlich gesagt gar nichts. Levi hat in der kompletten Vorrunde, nicht in einer Sekunde, die ich ihn beobachtet habe, den Eindruck erweckt, dass er nicht völlig mit den Gedanken hier wäre. Hat jetzt die Winterpause dazu genutzt, um diese Dinge zu regeln, macht ja total Sinn. Und jetzt konzentriert er sich wieder total auf Borussia Dortmund. Und dementsprechend, es ist, wie es ist. Und wie gesagt, ab Sommer woanders. Aber jetzt eben das vor allem wichtig, noch ein halbes, sehr, sehr wichtiges halbes Jahr hier bei uns. Und das gedenken wir in vollen Zügen zu nutzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020